Hier im Max Royale habt ihr eine Whirlpool-Badewanne auf dem Balkon. Das ist traumhaft schön. Also ihr habt hier wirklich einen Obstteller auf dem Zimmer, ihr habt Säckchen, Weinchen, sämtliche anderen, auch Softdrinks habt ihr da. Ihr habt einen traumhaft tollen Blick, jetzt selbst wenn ihr hier nicht direkt einen Meerblick habt, sondern nur so seitlichen Meerblicken, wie wir jetzt hier haben. Und trotzdem ist es super, super schön und auch im Dezember kann man diese Whirlpool-Badewanne traumhaft schön genießen. Und es ist einfach nur wirklich ein ganz, ganz tolles Hotel, das zu jeder Jahreszeit einfach nur Spaß macht und sehenswert ist. Und wirklich, ob im Hochsommer oder im Dezember, wirklich einfach nur zu empfehlen. Hier in der Lobby läuft Weihnachtsmusik, es sind sämtliche Weihnachtsdekorationen aufgebaut. Und hier hat Matthias eine Banane und zwei Äpfel und eine Orange. Hohoho. Hohoho. Amen.